Bitteschön, das ist eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Das Telekom von Böhring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat. Und verrat an Ihren Versorgung. Es ist ein Versager, es ist ein Marotzen. Ein paar Vanille, ein Faulpilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer. Wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luft machen! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und hier ist es? Ferrat, ein Maler Person! Ein Maler Person! Ein Maler Person! guess ist das? Das ist ein Maler Person! Das ist eine Maler Person. Untertitelung des ZDF, 2020